Shigeo Yamada Yamada gilt als der große Entdecker junger Talente unter den japanischen Trainern. Und Frauen für eine Nationalmannschaft im Volleyball zu finden, ist in Japan noch schwieriger als anderswo. Wenn das Problem sei, große Spielerinnen zu finden, sagt Shigeo Yamada. Er halte deshalb ständig Ausschau nach großen Mädchen. Das gehe so weit, dass er auf der Straße nur hinter besonders großen Frauen herschaue, selten hinter besonders attraktiven. Dazu komme noch, dass in den 8000 Mädchenmannschaften, die in den japanischen Schulen Volleyball spielen, vor allem kleine Spielerinnen eingesetzt würden. Mit denen habe man schneller Erfolg als mit den tapsigen Langen, die wesentlich schwerer zu trainieren seien. Seine Arbeit bestehe zu 50% daraus, regelmäßig alle 8000 Teamlisten der Schulen nach großen Spielerinnen durchzusehen. Die großen Kader ist eine dieser großen Spielerinnen. Mit ihren 1,76m ist sie für unsere Maßstäbe nicht gerade eine Riesin, aber sie ist damit doch 20cm größer als der Durchschnitt der japanischen Frauen. Deshalb trainiert die japanische Frauennationalmannschaft fast ausschließlich mit Männern, die eher den Größenverhältnissen der Teams im internationalen Frauenvolleyball entsprechen. Aber sonst hat sich vieles geändert, seit Shigeo Yamada das Training der Nationalmannschaft übernommen hat. Chinesische Journalisten als Zuschauer, das hätte es früher kaum gegeben, da die Chinesinnen im Volleyball doch die größte Konkurrenz sind, nicht nur in Ostasien. Aber Yamada gibt bereitwillig Auskunft. Er wird auch erzählen, dass er nichts von der bedingungslosen Schleiferei hält, mit der zum Beispiel vor den Olympischen Spielen in Tokio der damalige Trainer Daimatsu eher berüchtigt als berühmt geworden ist. Yamada vertraut mehr einer umfassenden psychologischen Betreuung der Frauen und einer rationellen Schulung von Technik und Kampfkraft. Auf die Frage nach Besonderheiten in seinem Training weist Shigeo Yamada wiederum auf die Grundvoraussetzung seiner Spielerinnen hin. Die Durchschnittsgröße der Japanerinnen sei eben wesentlich geringer als die der anderen Teams. Miss Hyman aus Amerika zum Beispiel sei 1,94 Meter groß. Die Chinesinnen erreichten einen Durchschnitt von 1,83 Meter, seine Spielerinnen dagegen nur einen von 1,76 Meter. Das sei ein fast 10 Zentimeter Unterschied und bei ausgestrecktem Arm sogar 15 Zentimeter. Er könne ja die Frauen nicht strecken und die Sprungkraft könne auch nicht so geschult werden, dass dieser Nachteil wettgemacht würde. Deshalb lege er besonderen Wert auf die Technik, vor allem auf eine fehlerfreie Ballannahme. Ja, es sei schon kein einfaches Training, manchmal sogar ganz schön hart, antwortet Yumi Egami, die Spielführerin. Ob sie denn schon einmal ans Aufhören gedacht habe? Nein, Aufhören, das sei ja noch nicht in den Sinn gekommen. Na, ich denke, ich bin wirklich nicht in den Zeit. Aufhören, da kommt. Er ist sicherlich. Aufhören, da kommt. Er halte die Chinesinnen für das stärkste Team in Los Angeles, antwortet Shigeo Yamada auf die Frage nach den Olympia-Favoriten. Dann folgten die Amerikanerinnen und die Japanerinnen. Zwischen diesen drei Teams würde auf alle Fälle die Goldmedaille ausgespielt werden. Die Chancen seines Teams liegen bei ungefähr 20 Prozent. Diese Chance zu verbessern diente das Vier-Nationen-Turnier in Tokio. Die Zuschauer erlebten dabei Siege der Japanerinnen über Brasilien und Südkorea. Dieselben Mannschaften, denen das deutsche Olympia-Team in seinen Vorbereitungsspielen klar unterlegen war. Ähnlich lautstark wird die große japanische Kolonie in Los Angeles ihre Lieblinge anfeuern. Auch dort wird mit Opfergaben und einem besonderen Gebet der Sieg beschworen werden. Mit solcher Unterstützung wird es auch in Los Angeles Grund zur Freude geben. Wie beim Gewinn dieser Silbermedaille 1968 in Mexiko oder der 1972 in München oder der Goldmedaille in Tokio 1964 und 1976 in Montreal. Bei der Fernsehübertragung des Turnier-Endspiels erlebten die japanischen Zuschauer eine herbe Enttäuschung. Ihr Team verlor mit 1 zu 3 gegen Kuba. Aber die Kubanerinnen sind in Los Angeles nicht dabei. Auch nicht der andere große Konkurrent, die Sowjetunion. Eine große Chance also für die kleinen Japanerinnen, ihr drittes Gold zu gewinnen. Sich auf der höchsten Stufe des Siegerpodests zu freuen. Ich bin jetzt hier in den letzten Jahren in den letzten Jahren in den letzten Jahren. Vielen Dank.